Hey, hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Life is Strange 2. In der letzten Folge sind wir ja in unser Zimmer gegangen und ja, ich habe die letzten zwei Folgen gemerkt, ich bin recht langsam, glaube ich, weil ich mich ziemlich viel hier umsehe, weil wir sind jetzt schon drei Folgen in unserer Wohnung und haben noch immer nicht alle Sachen gefunden. Und es waren anfangs nur vier Sachen, aber ich möchte mir halt auch viel Zeit lassen und mich hier umgucken. Und ja, wie gesagt, ich möchte mir Zeit lassen, mich hier umgucken, weil ich schaue mir halt gerne immer die Gegenden an in solchen Spielen. Und es gibt halt auch viel zu sehen, dafür kann ich nichts, aber ich hoffe, euch stört das nicht. Ich hoffe, ihr freut euch auch über die Sachen, die wir hier so finden. Und ja, dann gucken wir mal, was wir hier so zeichnen. Ich bewege, aber es passiert nichts. Ich hoffe, das ist nicht zu laut für euch. Bewege, aber ich kann noch mehr Details, wenn ich es nicht mehr will. Mehr Details. Cool. Ich denke, ich bin bereit, das zu schaue. Ich bin so neidisch auf ihn, weil er so nice zeichnen kann. Schon allein in der letzten Folge, diesen Samurai-Robot-Typen, den wir da gesehen haben, den hier. Ach, das sieht einfach so fucking nice aus. Was sagt er da? Ich mag das wirklich. Ich mag das wirklich. Ich mag das wirklich. Ja, mir gefällt das auch mega gut. Ey, das ist so eine nice Zeichnung. Ach. Ich wünschte, ich wäre nur halb so talentiert mit dem Zeichnen wie er. Ich würde es nicht mehr trainieren, sondern es sieht ziemlich toll aus. Ich habe gerne früher Skateboard gefahren, aber als ich dann in die Mittelstufe ging, hat es mir nicht mehr so getaugt. Als Kind war es nice. Nachttisch, was haben wir denn da? Äh, eine Action-Figure. Oh, hi Gunther. Sorry. Er hat ein Messer in der Hand. Aha. Was ist denn das? Hm, nicht schlecht. Altes Handy. Krass, dass er noch immer sein altes Handy hat. Immer wenn mein Handy kaputt geht, werfe ich es weg. Weil, kann ich, bringt mir ja eh nichts. Ich nehme SIM-Karte raus und dann weg. Also. Ähm, ja, mehr brauchen wir nicht. So, so it goes. Äh, lol. Ich habe gehört, sie sollen angeblich voll teuer sein. Diese, weil, das haben wir auch viele Streamer und YouTuber gehabt. Aber mittlerweile, glaube ich, benutzt das Gefühl keiner mehr. Zeichen, Zeitschrift? Zeichenschrift. Achso, da haben wir. Genau, Real Gamer, Star Unhilation. Boah, kann ich nicht mal aussprechen. Fantasy-Buch. Chronicles of the Basilisks. Sieht ein bisschen aus wie Xena, hat voll so Xena-Vibes. Die Chroniken des Basilisken. Teil X. Tratze müsste das sein. Die Belagerung von Moorkorn. Okay, hier haben wir unseren Laptop. Können wir das Skateboard? Können wir da was mit dem Skateboard machen? Nachttisch waren wir schon. Wir können den Schrank, das Namensschild können wir uns angucken. Sie mag, Mart, Superstore, Scene. Babes Assistance. Das war so ein cooler Tag. Ich kann nicht erwarten, dass wir mit der Crew zurückkommen. Was konnte man da was lesen? Nee, ich hasse ein bisschen, dass man hier so schwer die Sachen angucken kann, die man angucken will. Kein unbefügtes Betrieb. Also, nur das lest er es. Ich dachte, vielleicht dreht er es um und man kann da was lesen oder so. Arbeitskleidung. Ja, verständlich. Schrank öffnen. Was haben wir denn da drin? Haarschpfefe. Nehmen. Ansehen. Flyer. Nicht mehr in der Unterstufe. Hausparty zum Schulende. Freitag, 10. Juni 2016. Mhm. Ballert sie etwas. Schrank, 10. Juni 2016. Die Überzeugung av